Der Blick in den ZEW Konjunkturbericht für den aktuellen Monat, der läuft hier an dieser Stelle sozusagen so weit ein, dass wir sehen, die Konjunkturerwartungen sinken aktuell um 19 Punkte auf minus 21,1. Das ist schon, muss ich sagen, eine echte Hausnummer, die wir hier haben und das ist halt ein Fakt. Das ist nicht so leicht zu verkraften, weil wir standen zwar schon mal in diesem Bereich, hier wir sehen es im Oktober letzten Jahres war das Niveau, danach ging es wieder schön aufwärts, aber wir waren hier entsprechend an der Stelle, dass die Erholungstendenz unter einer anderen Phase sozusagen stattgefunden hat. Nämlich wenn wir uns hier mal nicht nur die Erwartungen anschauen, sondern auch die Einschätzung der konjunkturellen Lage, dann muss man einfach sagen, dass wir damals im Jahr 2018 im Herbst noch eine deutlich bessere Einschätzung der konjunkturellen Lage hatten. Und jetzt haben wir halt den Fakt, dass die konjunkturelle Lage, die immer, immer schwächer wird, das heißt die Einschätzung sinkt deutlich nach unten und auf der anderen Seite ist halt der Ausblick auch deutlich nach unten gegangen und das sind ganz, ganz andere Ansätze oder ganz, ganz andere Umstände, die man hier hat. Deswegen ist das Bild nicht das gleiche, wie wir im Oktober letzten Jahres gehabt haben, wo wir dann doch eher positive Dinge auch mit sehen konnten und die Indizes sich dann auch irgendwann nach oben geschoben hatten. Nein, wir haben jetzt hier aktuell einen Lageindikator, der ist zwar zum Vormonat kaum verändert, das ist nur marginal hier, der ist bei 7,8 Punkten, das heißt das sind 0,4 Punkte weniger als im letzten Monat, aber in gesamter Summe, also Konjunkturerwartungen und der Lageindikator dieses Bild ist schon ein ganz, ganz anderes als das, was wir entsprechend im vergangenen Herbst gesehen haben. Und aus dieser Grundlage sehen wir auch gleich ganz, ganz andere, sag ich mal Beweggründe, das heißt die Lage an sich ist deutlich schlechter als im letzten Herbst und das ist einfach begründet, dass wir einen sehr, sehr starken Erwartungsrückgang haben und der basiert auf Nummer 1 einer hohen Unsicherheit, was das Thema der weltwirtschaftlichen Entwicklung angeht. Wir sind ein exportorientiertes Land und wenn die Weltwirtschaft schlechter läuft, dann haben wir direkt auch das Ganze hier in der exportorientierten oder in den exportorientierten Branchen im Niederschlag, dass dort einfach weniger Aufträge reinkommen und das merkt man dann auch, die Unternehmen investieren weniger, die stellen bestimmte Sachen zurück, Forschung wird ein bisschen anders betrachtet, das kann Auswirkungen auf die Angestellten haben. All diese Dinge können jetzt hier in diese Richtung auch kommen und dann geht auch immer mal wieder das Rezessionsgespenst um und wir wissen es ja, wenn alle von Inflation reden, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die auch irgendwann kommt, weil die Menschen halt auch anfangen, sich auf solche schlechteren Phasen so ein bisschen vorzubereiten. Das ist im Privaten genau das gleiche wie bei einem Unternehmen. Das machen wir Trader ja auch nicht anders. Wenn die Märkte von Long auf Short umdrehen, dann bleiben wir ja nicht wie die verrückten Long investiert, sondern wir passen uns natürlich auch dem aktuellen Marktgeschehen an und genau das ist, was die Wirtschaft hier an dieser Stelle auch macht. Also das heißt Nummer eins, der Erwartungsrückgang ist begründet in der hohen Unsicherheit der Weltwirtschaft. Nummer zwei, das Thema Verschärfung des Konfliktes zwischen China und den USA. Dann haben wir noch den militärischen Konflikt im Iran. Das ist auch ein Punkt, sehr, sehr großer Zündstoff. Und was kommt jetzt noch im Herbst? Das Thema Brexit kommt wieder auf die Uhr. Das werden wir nachher auch noch in weiteren Dingen hören. Das Problem ist einfach, dass kein Mensch weiß, wie das Ding nur am Ende ausgeht. Es kann dazu sein, dass das Teil komplett abgesagt wird bis hin zum harten Brexit ohne irgendeinen Deal. Man weiß es nicht und das sind wirklich Unsicherheitsfakten, die uns hier in der deutschen Wirtschaft auch beschäftigen. Wenn wir uns hier die Daten auch noch mal anschauen für Produktion, Exporte, Einzelhandel, diese Daten liegen auch mittlerweile unter den Erwartungen. Das heißt, der Konsum bzw. der Handel läuft momentan schlechter als erwartet und Bau, Gewerbe und Dienstleistungen haben ebenfalls einen schwächeren Ausblick geliefert. Das muss man einfach akzeptieren und da merkt man halt auch, wie dieser Erwartungsrückgang, dieser starke Schub nach unten zustande gekommen ist. Blicken wir mal weiter hier. Der ganze Bericht für Deutschland gibt ja auch noch Fakten, die Deutschland mit betreffen. Das heißt hier Europa, Großbritannien, Japan, das sind immer Dinge, die mit da sind. Und wenn wir uns das Ganze mal mit Blick auf Europa anschauen, dann sagt die Grafik hier an dieser Stelle schon einiges. Wir haben einen Einbruch der Konjunkturerwartungen. Wir sehen es hier in der Grafik. Die konjunkturelle Lage ist weiterhin im Minusbereich und die Erwartungen, wir sehen, sie gehen doch deutlich stark nach unten. Das heißt an dieser Stelle, der Indikator für die Konjunkturerwartungen bricht um 18,6 Punkte ein auf minus 20,2. Also das sind schon ziemlich starke Ausmaße. Das ist auch der stärkste Rückgang seit Juli 2016. Da gab es das Brexit-Referendum, was alle überrascht hat, dass halt das Votum für den Austritt aus der Eurozone gelesen wurde. Das heißt hier an dieser Sicht, wenn man die Experten auch befragt, mit Blick auf Europa, da verlieren die Experten momentan so ein bisschen die Zuversicht, dass sich alles doch zum Guten wendet. Das heißt hier, es ist einfach problematisch, weil wir keine Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA haben. Der Brexit ist völlig offen. Wir haben eine Eskalation auch in der Eurozone, die hier belastet mit dem Thema Iran-Konflikt. Und dann haben wir hier das, was auch noch gelesen wird, eine mögliche bevorstehende Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro. Und wenn der US-Dollar gegenüber dem Euro schwächer wird, steigt der Euro ja wiederum. Und das ist ein Belastungsfaktor für die Exporte, weil dann wird das Ganze teurer, ohne dass sich am Preis etwas ändert. Schauen wir uns das Ganze mal in den USA an. Und hier die Konjunkturerwartungen aus unserer Lesweise hier werden wieder etwas schwächer erwartet. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Das sind wir hier im Rückgang. Das heißt, hier ist der Rückgang schön auch zu sehen. Das heißt, die Erwartungen gehen weiter nach unten. Der Erwartungsindikator fällt um 12,3 Punkte auf 35,9. Das sieht man hier im Graph sehr, sehr schön. Und der Lageindikator ist ebenfalls deutlich gesunken. Hier im Vormonat stand er deutlich höher. Jetzt 16,5 Punkte tiefer bei 46,5. Da merkt man hier auch, dass dort in den USA nicht mehr alles so positiv erwartet wird. Schauen wir uns mal noch an, was hier wichtig ist. Thema Handelsstreit. China, USA lesen wir wieder. Wir sehen, das ist ein allumfassendes Thema. Wir haben auch hier ein hohes Konfliktpotenzial USA, Iran und die Mehrheit erwartet hier eine Zinswende in den USA. Das heißt, hier an dieser Stelle wird das auch Einflüsse auf den Euro, US-Dollar haben. Und hier noch der Blick nach Japan. Japan ist ja auch eine Volkswirtschaft, die sehr exportorientiert ist. Und die hat halt auch immer dann Probleme, wenn wir sozusagen schlechte Konjunktur- bzw. Wirtschaftsbedingungen haben. Japan hat einen starken Handelspartner mit China. Und wenn es in China nicht rund läuft, merkt Japan das definitiv. Das heißt, hier an dieser Stelle die Konjunkturerwartungen sind zum zweiten Mal in Folge rückläufig. Wir haben hier einen deutlichen Rückgang um 7,6 Punkte auf 14,6. Und wie schon gesagt, das Thema Handelskonflikt, das belastet. Wir haben auch weiterhin politische Unsicherheiten. Das hatte ich ja gesagt. Iran beispielsweise. Wir haben eine weltweite Konjunkturabkühlung, was halt auch negativ für die Exportwirtschaft ist. Und das ist halt einfach das, was für die Erwartungen eine große, große Rolle spielt. Mit Blick auf die aktuelle Lage, die blieb hier unverändert. Das haben wir auch gesehen, wenn wir uns die Grafik nochmal kurz anschauen. Hier sehen wir es. Da gab es keinerlei Veränderungen auf dieser Seite. Also das hier, der Blick in Japan oder nach Japan. Und dann nochmal kurz die, ja, Briten starker Rückgang der Konjunkturerwartungen. Hier ist ein Fehler im Graph. Hier, das ist nicht korrekt, was hier angezeigt wird. Das ist ja die Erwartungen, die sind hier noch im Anstieg. Nein, die sind tatsächlich nach unten gegangen. Hier, die Experten korrigieren ihre Erwartungen nach unten. Der Indikator sinkt hier auch um 7,6 Punkte auf minus 63,7. Die Landesführung ist hier weiter offen. Das heißt, für Frau May ist ja noch keine Lösung gefunden. Thema Brexit spielt hier eine große, große Rolle. Das heißt, auch hier die politischen Unsicherheiten, die belasten den Ausblick. Die aktuelle Lage hingegen sinkt auch hier nur marginal. Geht um 0,7 Punkte auf minus 27,5 zurück. Fazit heißt also hier, die Belastung für Deutschland ergeben sich zum Großteil aus dem Thema der Weltwirtschaft. In Europa läuft es nicht rund. Die Konjunkturerwartungen brechen ein. Für die USA gibt es ebenfalls sinkende Erwartungen. Japans Ausblick verschlechtert sich. Großbritannien wieder negativ. Das heißt, wir sehen hier momentan doch sehr, sehr dunkle Wolken am Horizont. Oder die Experten, die hier zur Entstehung dieses Berichts mit beigetragen haben, die sehen die Belastung und die sind da. Und das spiegelt sich dann in den Werten wieder. Und das ist ja etwas Wichtiges, was auch die Zentralbank hier in Europa sich auch alles mit anschaut. Heißt an dieser Stelle, die Wolken sind da. Die Wirtschaft, die wackelt so ein bisschen. Und das Rezessionsgespenst geht hier weiter um. Und jetzt gehen wir von den Europäern bzw. von Deutschland über den großen Teich in die USA. Diese Woche das Ganze ja im Doppelspiel. Wir haben hier an dieser Stelle die Informationen aus dem Beachbook bekommen. Auch hier gehe ich jetzt nicht auf die einzelnen Details ein. Das können wir gerne beim nächsten Mal noch machen, weil ich weiß, es sind immer wieder neue Zuschauer dabei, die die kleinen Hintergründe auch interessieren. Wir schauen an dieser Stelle einfach nur mal in die aktuellen Daten. Das heißt, hier haben wir ja immer die gesamtwirtschaftliche Situation, wo wir reinschauen. Und wir haben den Arbeitsmarkt und wir haben die Preisentwicklung, die für die USA wichtig sind. Und das sind auch Faktoren, auf die die Notenbank immer mitschaut. Wir starten hier an dieser Stelle selbstredend mit den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Das heißt, wie stark brummt denn der Wirtschaftsmotor in den USA? Wir haben hier aktuell nicht wirklich eine deutliche Änderung. Das heißt, weiterhin wachsen die wirtschaftlichen Aktivitäten moderat. Die Einzelhandelsverkäufe, die steigern sich weiterhin leicht. Die Autoverkäufe hingegen, die sind gleichbleibend. Mit Blick auf den Tourismus, wir haben ja Urlaubszeit, Reisezeit. Der Tourismus ist weitgehend solide. Das heißt, da fließt auch gutes Geld. Das ist ja auch ein Faktor. Wenn die Leute anfangen zu sparen, dann wird für Reisen in Teilen auch weniger Geld ausgegeben. Davon ist hier noch nichts zu sehen. Der Transportsektor auch wichtig. Viele, viele Güter werden in den USA über das Straßennetz sozusagen transportiert. Der Transportsektor hier weitgehend ein gesundes Wachstum in der letzten Periode. Es gibt hier einige Bezirke mit leichten Rückgängen, aber das ist jetzt nichts, was wir dramatischerweise sehen. Die Hausverkäufe sind ebenfalls leicht gesteigert worden. Der Wohnungsbau ist gleichbleibend. Also an dieser Stelle sind das wirklich sehr, sehr gute Zahlen, die wir einfach sehen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten in den USA sind gut. Wir haben ja weiterhin einen positiven Ausblick. Einzige Kratzer, und das ist ein Thema, das finden wir in den Aussagen in Bieschburg auch immer wieder, die besorgen es wegen dem Handelsstreit. Also der Handelsstreit, der hat schon das Zeug dazu, die US-Wirtschaft deutlich negativ zu beeinflussen. Die Dinge, die Donald Trump mit America First in die Wege geleitet haben, die haben der Wirtschaft ja, sage ich mal, guten Auftrag gegeben. Aber das Thema Handelsstreit, das kann hier wirklich richtig böse ausgehen. Man muss halt einfach auch sehen, dass die USA hier nicht jemand sind, der allen den Ton vorgeben kann, sondern die USA ist ja auch sozusagen dazu oder davon abhängig, dass sie auch bestimmte Dinge aus China bekommen. Ich sage nur das Thema beispielsweise seltene Erden. Wenn die Probleme bekommen, die Dinge aus China geliefert zu bekommen, dann wird das halt ein Belastungsfaktor für die US-Wirtschaft, weil die, sage ich mal, Produzenten, die diese seltenen Erden brauchen, die brauchen diese seltenen Erden ja und die kommen aus China halt zu günstigen Preisen. Wenn die die woanders einkaufen müssen, wird alles teurer, die Margen sinken. Ich will das Rad nicht weiterspinnen, aber es sind halt Fakten, die liegen auf dem Tisch und das muss man an dieser Stelle immer wieder im Hinterkopf auch haben. Aber aktuell, wie schon gesagt, die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten, alles schön im grünen Bereich. Das wird übrigens den Zinsleuten nicht so gefallen, wenn man sieht, die Wirtschaft prumpt noch, wäre das natürlich ein Argument, dass die Fett die Zinsen nicht sinkt. Also hier sehen wir auch, es gibt überall Argumente für eine Zinssenkung oder gegen eine Zinssenkung. Machen wir weiter mit einem Blick in den ganz wichtigen Arbeitsmarkt für die USA. Das heißt hier Arbeitsmarkt und Löhne. Das ist wichtig für die Binnenkonjunktur, weil wenn die Leute in Anstellung sind und gute Löhne bekommen, dann haben sie auch Geld, um das Ganze auszugeben und die Wirtschaft zu stützen. Das heißt hier mit Blick auf den Arbeitsmarkt haben wir gemeldet bekommen, die Beschäftigungen, die wachsen weiterhin in moderatem Tempo. Hier also mehr oder weniger keine Veränderung. Das heißt an dieser Stelle nur ein kleiner, ich sag mal, Wermutstropfen. Das Ganze wächst etwas langsamer gegenüber dem Vormonat. Aber der Arbeitsmarkt ist weiterhin angespannt. Das kennen wir auch bei uns in Deutschland. Es ist einfach verdammt schwer, gute Leute zu finden. Und das sehen wir auch am US-Arbeitsmarkt. Das heißt, wir haben hier gemeldet bekommen, dass es landesweit Schwierigkeiten gibt, Fachkräfte einzustellen. Hochqualifizierte Arbeitskräfte fehlen weiterhin im Bausektor, in der Informationstechnologie und im Gesundheitssektor. So etwas hören wir in Deutschland auch immer, immer wieder. Dasselbe Problem hat der Arbeitsmarkt in den USA. Mittlerweile ist es allerdings auch so, dass teilweise die teilweise Sorge oder die Visa-Verlängerungen, das ist ja ein Thema, wenn jetzt jemand in den USA einer Firma arbeitet, der ein Visum braucht, um in den USA zu bleiben. Wenn es hier Probleme gibt, die Visa zu verlängern, stört das Ganze natürlich auch das Wachstum im Arbeitsmarkt. Lohnsteigerungen gibt es auch, wie bisher. Was zu sehen ist, dass die Einstiegsgehälter gesteigert worden sind. Das ist etwas, das hier das erste Mal genannt worden ist. Das heißt, das ist dann anscheinend auch etwas, was die Qualität am Arbeitsmarkt auch verbessert. Was man auch gelesen hat in den Nebensätzen, dass beispielsweise solche Bonus-Pakete mit zusätzlichen Leistungen der Arbeitgeber für ihre Angestellten, dass diese Dinge auch ausgeweitet werden, um einfach die Jobs interessanter zu machen. Und das nicht nur auf den klassischen Lohn zu beschränken, sondern dass die Angestellten dann auch noch zusätzliche Dinge bekommen, um hier den Arbeitgeber auch die Stange zu halten. Also das heißt, mit Blick auf den Arbeitsmarkt, der ist weiterhin sehr, sehr solide. Und das sind halt auch Dinge, egal ob in den USA oder jetzt bei uns in Deutschland, selbst wenn es hier zu einem Einbruch in der Wirtschaft kommen sollte, der Arbeitsmarkt wird wahrscheinlich nicht gleich so stark fallen, dass wir hier 10 oder 15 Prozent Arbeitslosenquote haben. Dazu ist der Arbeitsmarkt aktuell in einer zu starken Verfassung an dieser Stelle. Schauen wir noch auf die Preisentwicklung. In den USA ist ja ein Faktor, den die Zentralbank auch immer sehr, sehr schön anschaut, wegen der Inflationsentwicklung. Hier heißt es also, dass die Preisinflation gegenüber dem Vormonat zumeist stabil geblieben ist, in Teilen auch leicht rückläufig. Die Einkaufspreise allerdings, die steigen teilweise. Und wenn diese Preissteigerungen nicht weitergegeben werden können, dann knabbert das immer so ein bisschen an der Marge der Unternehmen. Das heißt, die Einkaufspreise sind da. Höhere Zölle, höhere Arbeitskosten führen. Dazu allerdings, der hohe Wettbewerb reduziert die Weitergabe an die Endkunden. Das muss man sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Frachtpreise und Agrargüter haben wir da. Agrargüter, die sind etwas teurer geworden. Wir haben hier ein reduziertes Angebot. Das ist teilweise auch durch die Wetterkapriolen in Amerika mit da. Was die Frachtpreise angeht, haben wir eine gemischte Entwicklung. Unternehmensdienstleistungen werden momentan wieder etwas günstiger. Stahl- und Schnittholzpreise sind gesunken. Und das ist ein Punkt, da muss man so ein bisschen mal den Finger heben und sagen, hopp, was ist denn da passiert? Stahl- und Schnittholzpreise. Man braucht das ja zur Produktion. Hier beispielsweise auch im Immobilienbau niedrigere Nachfrage. Wenn dort weniger nachgefragt wird, hat das eventuell irgendwann auch Auswirkungen auf den Immobiliensektor. Hier auf das Baugewerbe muss man etwas beachten oder beobachten. Es ist auf alle Fälle ein Faktor, der hier da ist mit Blick auf die USA. Das hier, die kurze Zusammenfassung über das B-Spuck aus den USA und den ZEW-Bericht vom laufenden Monat. Dann an dieser Stelle hier die wichtigsten Fakten, ein Nachmal für Sie aus fundamentaler Sicht, damit das Ganze einordnenbar ist. Damit das Thema für heute, können wir die Bücher hier zumachen. Ich wünsche allen einen schönen Start ins Wochenende. Danke für die Zeit, auch hier wieder gemeinsam. Und am Montag geht es dann weiter um 8.30 Uhr mit den nächsten Handelsideen hier bei Tickmill. Wer das Video hier sieht und die vorgehenden Videos noch nicht gesehen hat, zeige ich nochmal ganz kurz, wie das Ganze gefunden werden kann. Heißt also, wir schauen mal zusammen auf die Website von Tickmill an dieser Stelle nochmal. Hier finden Sie auch alle Informationen zum Brokerage bei Tickmill. Das heißt, einfach mal auf die Website von Tickmill draufschauen. Wirklich gute Spreads, Toppreise, hohe Liquidität an dieser Stelle. Eine sehr, sehr schöne Handelsplattform mit dem Stereo-Trader. Und Sie sehen halt hier den Blog. Jeden Morgen, wenn wir hier mal einfach auf den Blog draufgehen, da gibt es die Handelsideen. Hier schreibe ich jeden Morgen auch nochmal für Sie in Worten auf, was ich im Video auch erzähle. Und das Ganze kann man auch buchen. Das heißt, für diejenigen, die das Ganze mal anschauen wollen und nicht über Facebook hier dabei sind, hier einfach mal auf den Ausbildungszeit klicken, in die Webinare reingehen. Und da haben wir halt hier an dieser Stelle zum einen die täglich neuen Handelsideen. Ein Klick hier drauf an dieser Stelle und dann registrieren und schwuppsiwupp ist man dabei. Ansonsten, was gibt es noch? Wir haben hier einen tollen Special Event zusammen mit dem Dirk Hilger vom Stereo-Trader und dem Orkan Kujas. Da haben wir jetzt nämlich ein Paket mit dem Trading-Stil vom Orkan Kujas im Bereich des Volumens. Das Ganze bitte auch anmelden, hier Plätze reservieren. Das Ganze ist wie immer auch begrenzt. Das heißt, wer schnell ist, ist auch auf alle Fälle mit dabei. Das Ganze auch kostenfrei hier noch ein Stück weit hin. Aber Sie sehen es halt, wenn Sie auf unsere Webseite hier klicken, da können Sie sich registrieren. Also an dieser Stelle danke für die Zeit. Ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.